moin leute willkommen zurück echo suche echo suche echo suche mit schnorra 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 fuba 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 hallo 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 du kommst doch so nicht hoch du kannst ja oben bleiben was soll ich hier oben machen ja ich gehe und gucken ob es da ein ding ist für ein fahrstück knopp du das nicht verstehen so hier außen geht's nicht hoch so wie das aussieht wo landest du na out of map da bin ich ja wahrscheinlich unten ich bin neben dir und willkommen bei der bundeswehr der globo gerade gesagt nein ich fliege auch ganz runter also ich bin auch nicht mehr da oben ich bin hier wieder in dieser großen halle gelandet das muss auch so eigentlich gehen wo du von warst mit diesen gelben röhren meinst du ja aber das andere ist doch auch ganz oben oder nicht so wo ging es denn hier zu diesem scheiß fahrstuhl wo wir waren wir sind doch zu diesem großen fahrstuhl du hast dich durch den boden gepackt willst du mich verarschen willst du mich verarschen willst du mich verarschen willst du mich verarschen oh herrlich da ist doch in den boden gepackt äh und wo bist du vorhin ach du bist ja gar nicht über die plattform mit dir sprungen oder was welche plattform du bist denn da du hast gesagt du bist da oh ich bin wieder out of map gelandet hehehehe einmal mit blubis arbeiten bitte so mal gucken wo ich diesmal spawne ist immer sehr interessant sterben ist eine pflichtverletzung sagt er ne hier bin ich doch gerade rein ich frage mich gerade wie ich wieder zurück komme an zum anfang wo wir waren keine raum so karten merken ist sowieso da jetzt ne 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 ah ah du bist da auf ah ich seh dich ja ich seh dich auch und ich wollte nämlich links gerade abkürzen beim jumpen da und wohin zu jumpen du bist jetzt im prinzip dort wo auch der große fahrstuhl war ne wo wir das kein fahrstuhl wir sind doch hier aus der großen halle mit dem ein fahrstuhl hoch wo wir dann direkt in der halle dort waren weißt du wo wir das erste echo unten genommen hatten ja das ist doch kein fahrstuhl gewesen ach ne ist ja ein sprung sprung jump dinge okay von dir kannst du nicht weiter ich verstehe es nicht obwohl ja das sieht gut aus nein fuck so jetzt bin ich ja bei dir hier in der halle aber ich glaube nicht dass es der offizielle weg ist muss nicht unbedingt sein so ich russ mal die pistole aus also besser jumpen so jetzt rüber guckst da ist so eine plattform noch ja da wollte ich vorhin auch drauf noch oh nein ich fall schon wieder hier durch so aber ne ich war hier drüben vorhin schon auf der plattform aber ich bin dann nicht mehr auf ich bin aber nicht mehr auf die anderen plattform gekommen aber stimmt da ist nämlich glaube ich oben dann der fahrstuhl ne ne da hinten komme ich nicht hin so jetzt habe ich nämlich das problem dass ich gleich kein sauerstoff mehr habe ja also hier drüben kommt man eigentlich easy hin so zum beispiel ist ja über dir da sieht so aus als wenn da auch noch waffen kisten sind da ist das andere echo sogar glaube ich noch naja vorsicht keine atmosphäre was macht es für einen sinn dass wir hier wieder zurück springen können oder zurück naja wir können jetzt hier wieder rüber jumpen ja das ist irgendeinen sinn dahinter stecken ja ich glaube hier drüben sollst du eigentlich rüber um da links da sehe ich ja das andere echo jetzt hänge ich hier auf diese scheiß ding zu fesse so bloß die tür ist ja hier zu und die sieht so aus als wenn man die eigentlich aufmachen könnte weil hier rechts hinter der wand da ist ja das andere echo aber da kommt man nicht hin glaube ich so richtig zumal wenn du rennst und jumpst was ist denn wenn man jetzt guckt man da oh 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 ich bin drüben oh alle herhörer die sensoren der dragenberg melden vereinzelte energiestöße die anscheinend aus dem inneren von outis stammen unsere besten männer sind an der sache da aber bis auf weiteres hat sich die gesamte besatzung wöchentlich zum medizincheck einzuführen juhu ich bin da juhu ich weiß nicht mehr, dass ihr gegner sind ihr sind übrigens gegner ich spawn und wo ist hier noch einer der ist runter glaube ich so hier ist nochmal so ein mg so oh spiel willst mich verarschen so und jetzt wieso was mit dem spiel er wollte grad nicht scrollen achso so so jetzt die frage hier und vorwurften gegner unter uns granaten wo ist eine leiter die muss da oben auf die zwischenplattform das war der hier ist ein bett das ist noch unter uns wo ist eine leiter ja ab also ich bin gleich down ich sehe da die leiter nicht da links sagt doch zwischen den röhren und das heißt ich muss nur da drüben rüber oh jetzt kommt er hoch hm ist ja scheißegal ob der da ist ist doch richtig scheißegal grüne waffe sniper mit von hier ne das wird zu weit sein ne das wird zu weit sein das wird zu weit sein ne das wird zu weit sein ja aber das müsste doch da ungefähr sein wo dieser fachschuh ist ne oder bin ich da jetzt falsch das problem ist ja dass ich gleich wieder runter muss weil ich gleich kein otum mehr hab das heißt ich probiere jetzt einmal zu jumpen und dann ne das ist viel zu weit viel zu weit weg ich will mir erstmal O2 hier O2 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 nein oh ne willst du runterfallen so von der plattform kommt man ja auch nicht hoch ach ach hier ist hä hier ist der fahrstuhl ne wo ich jetzt stehe ja lol da waren wir ja wirklich hm und ich sterb da dreimal wasser so ne scheiße für so ne scheiße ich finde das bestimmt voll easy ich glaube über dir ist eine plattform dass man da rufen muss ja das problem ist dass jetzt hier zum beispiel nicht zwischen ganz bei den anderen rohren hier ich hätte das idee gehabt dass man da auf das rohr und dann bist du ja eigentlich da weil hier ist eigentlich nicht ach so hier links dieser absatz meinst du was ich hasse es wenn du zwischen den beiden rohren bist ja ja genau aber ich komme nicht hoch genug ne bei mir wirds auch ne scheiße oh du kannst hier nicht rennen aber ich kann runterfallen ja das ist mir ja schon passiert das ist doch doof och ne aber richtig viele wo ist der das ist jetzt wieder dieses wir sind so lange da die spawnen wieder neu ja äh ok so ist nur noch einer ne ja alle down naja hast du gerade dein skill gestartet ja aus versehentlich perfekt die nachkamf so aber gibt es hier es gibt ja nur diese röhren das ist ja das komische und ich glaube da links auf diesen absatz was du meintest da kommt ja nicht mehr da kommt man nicht hoch da es war noch ganz oben so eine plattform also im prinzip müsste man eigentlich mit diesen fahrstuhl nach ganz oben dann kannst du von der ganz oben die plattform darunter jumpen ja das problem ist ja da rechts wo die plattform ist da ist ja aber zu was hast du was denn jetzt ach so dass du hier drüben kommst du nicht hin tschüss was tschüss ne ne da war ja noch ich muss brauche wieder sauerstoff das problem ist da wo diese kleine plattform jetzt raus hängt da ist ja aber zu wir müssen ja auch eins hören wir müssen ja dahin wo der fahrstuhl auch ist das heißt wir müssen ja hier ganz hier sind hier sind irgendwo kleine kanten und du kommst nicht du kannst nicht drüber rennen du musst aber hier so ekelhaft hüpfen und verlierst du schon sauerstoff was das denn alter diese gelben rohrdinger hier die mir so richtig auf den sackel weil du da nicht richtig laufen kannst so ich war dann da wo das wo wir das andere echo geholt haben war da sauerstoff nenne da war kein sauerstoff ne ja geht das hier durch ne ist doch scheiße das hast du so und hier ist unsichtbare wand die schweine die zu nur nach oder was war das du kommst immer in diese scheiß ritze rein und dann kannst du nicht mehr richtig springen so und dann sind wir jetzt hier einmal außen rum und hier liegt noch also die grüne waffe das problem ist bloß wenn du da außen auf die dings jams hat doch da ist ja diese fachleiter ja ich weiß es wie denn guck mal hä wir sind so blöde wie hat es denn das jetzt gemacht neben der plattform ist doch so ein ding das habe ich weil da musst du drauf schießen damit sie überladen und dann ach so und dadurch hüpft er dann höher ja bei mir nicht ach so das stimmt das ist mir vorhin einmal aufgefallen als da gegner waren das war so ein elektro ding war aber da habe ich mir nichts bei gedacht tatsache lol vor allen dingen stammt gleich bis nach ganz oben vor allen dingen ich bin und von hier wärst du denn nämlich zu dem anderen einfach rüber alter ich hab ich bin über die plattform wirklich gleich bis bis hinten durchgejumpen was denn das ich befürchte ich mache das verdammte teil kaputt was das elektro der abschied von der drackensberg und ihre crew fällt schwer aber beförderung ist beförderung wenn auch gott sei dank nur für ein jahr ich freue mich auf das kommando der hiesigen dahlflotte bin mir aber nicht sicher ob captain rankles so weit ist dieses schiff zu kommandieren ich hab die meisten meiner sachen schon auf meinen neuen kommandokarrier geschafft aber mein privates waffenarsenal muss warten bis ich mich dort eingerichtet habe general regions versichert dass mein höherer soll britannias erneute arztkosten decken wird sie wird mir furchtbar fehlen aber wenn dieser einsatz vorbei ist bleibe ich für immer zu hause endlich gute arbeit komm zurück wenn du so weit bist und liefere die echos ab die könnten ein vermögen wert sein behalte du was du sonst noch findest ich hab was ich wollte das ist schon wieder weiter warte du redest schon wieder weiter ach so wie ach so ja das kommt noch dazu warte du warte 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 sterben 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 wieso müssen wir dann lang wir müssen jetzt noch mal zu dem kleinen boy da wo wir waren die quäste abgeholt haben die quäste haben wir aber nicht da abgeholt nee das ist richtig wenn ich jetzt hier ein folgen ausmachen spitze bedanke mich bis zum nächsten mal